Sie sind hier, 30. November 2018, 19.34 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, zwei Minuten vergrößern, verkleinern, Dodi Luque Bacchio von Fortuna Düsseldorf gelang ein Dreierpack gegen den FC Bayern Urheberrecht Getty Images nach dem überraschenden Remy beim FC Bayern will Aufsteiger Fortuna Düsseldorf gegen den FSV Mainz 05 Die Fortuna setzt dabei auf Dodi Luque Bacchio Dodi Luque Bacchio hier, Dodi Luque Bacchio da In dieser Woche drehte sich bei Fortuna Düsseldorf alles um das belgische Juwel, das am vergangenen Samstag mit seinen drei Treffern zum 3 zu 3 des Aufsteigers bei Rekordmeister FC Bayern für Furore gesorgt hatte Service-Spielplan der Bundesliga Entsprechend groß war das Interesse an dem 21-Jährigen, der noch nie so viele Interviews und Autogramme wie in den vergangenen Tagen geben musste, von Selfies ganz zu schweigen Damit der Held des vergangenen Wochenendes nicht abhebt, hatte Trainer Funkel seinem neuen Star für die Trainingseinheiten bis zum Heimspiel gegen den FSV Mainz 5 Uhr morgens Freitagabend wohl weißlich Bleischuhe verpasst Bundesliga Fortuna Düsseldorf Mainz 05 ab 20.30 Uhr im Live-DK Luque Bacchio in der Startelf Hennings auch Luque Bacchio ist nicht unser Star Er ist ein Mannschaftsspieler und so präsentiert er sich auch im Training und in der Kabine Ohne die super Zuspiele seiner Mitspieler hätte er auch nicht die Tore machen können, sagte der 64-jährige Coach und stellte der Leihgabe des FC Watford ein prima Arbeitszeugnis für die vergangenen Tage aus Anzeige, jetzt das neue Trikot von Düsseldorf oder Mainz kaufen Hier geht es zum Shop Gegen Mainz steht der Shootingstar wieder von Beginn an auf dem Rasen, allerdings als Linksaußen Dafür kette Ruven Hennings in die Sturmspitze zurück Die Aufstellungen Düsseldorf, Rensing, Zimmermann, Bormut, Kaminski, Gießelmann, Oczek, Zimmer, Stöger, Fink, Luque Bacchio, Hennings Mainz, Zentner, Brosinski, Bell, Nierkate, Aaron, Kunde, Gebamin, Latza, Bözius, Mateta, Quaisonschiedsrichter, Manuel Gräfe, Berlin, so kennen Sie Fortuna Düsseldorf, Mainz 05, live verfolgen TV Eurosport Extra HD Stream Eurosport Player TK Sport1.de von Sport Informationsdienst